Herzlich Willkommen heute zur Bärshow 142 an Silvester. Wir haben ein wundervolles Jahr 2013 erlebt zusammen. Wir haben wirklich vieles, vieles zusammen erreicht. Was haben wir zusammen gelacht? Wir haben gelacht ohne Ende, oder? Haben wir nicht Spaß? Es gab alle wieder... Wir hoffen, dass wir so weitergehen nächstes Jahr. Aber ich habe keine Worte dafür, was ihr uns gegeben habt, also er und mir. Besonders auch möchte ich allen danken, die uns abonniert haben, wirklich. Auch euch einen wunderschönen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich freue mich unheimlich, dass wir das erreichen konnten gemeinsam. Und es ist einfach surreal, wirklich. Es ist surreal, dass jetzt schon wieder das Jahr zu Ende geht. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist so unglaublich. Also, da fehlen einem echt die Worte. Und ich möchte wirklich allen Beteiligten von Bärshow und Erd und Bärshow und Erdbeer TVP generell danken, dass sie dabei waren dieses Jahr. Und da waren ja einige wieder. Da war der Brom, da war der Erd, da war ich. War die Reh dieses Jahr überhaupt dabei? Auf jeden Fall kann man es ja auch mal erwähnen. Einfach alle wirklich, die mit diesem Projekt, in diesem Projekt involviert waren. Und das ist wundervoll. Ich wünsche euch einen guten Rutsch. Und wir sehen uns nächstes Jahr. Also morgen. Wenn wir beide noch leben, ne? Bis dahin, auf Wiedersehen. Ciao.